Haben wir uns schon mal gesehen? Gut möglich. Ich komme öfters hierher, um die Zeitung zu lesen. Was machen Sie denn sonst so, wenn Sie nicht gerade hier sitzen und Zeitung lesen? Sie meinen, wenn ich nicht gerade die Hoffnung für meine beiden Enkel in dieser unsicheren Welt verliere. Nun, dann bin ich Rentner und genieße die Tage. Ich sehe auch schwarz. Und wie gehen Sie so damit um? Naja, ich sitze hier mit meinem besten Freund, der mir immer wieder hilft, all das Schöne im Leben zu sehen. Das gibt mir Hoffnung. Das ist das Schöne im Leben. Das ist das Schöne im Leben. Das ist das Schöne im Leben.